Studierende der Medizin und Rettungssanitäter klären in Freiburg über die Reanimation bei Herzstillstand auf. Bei der Aktion kommen 20 spezielle Puppen zum Einsatz. An ihnen lässt sich zeigen und ausprobieren, wie man richtig reanimiert. Parallel zur Aktion in der Innenstadt geht es auf dem Freiburger Messegelände um Reanimation. Dort ist der weltweit größte Kongress auf diesem Gebiet. Auch hier geht es um Wege, die Wichtigkeit der Reanimation bei der Lebensrettung besser zu kommunizieren.